Hallo und herzlich willkommen hier zu Alien Isolation. Wo ich eigentlich gar nicht sein will. Weil hier schon wieder tonnenweise von bösen, bösen... Wieso? Hä? Ich will da... Das Problem ist, ich hab da eben Hewie gesehen. Ich hab da in der letzten Folge, da bin ich mir noch dran erinnert. Hewie gesehen. Die mögen uns ja nicht. Hä? Hallo. Hallo. Wer... hören Sie den was? Interessant. Achso. Ja, ich hörte auf ihn. Wo muss ich denn überhaupt hin? Danke, dass du mir irgendwelche Sounds wieder machst. Hallo. Wo ist er? Ich hab da eben Hewie. Hewie. Hewie, Hewie, Hewie. So. Ja, ist gut. Quatsch mich nicht voll... Hä? Hä? Ach ja, genau. Ich kann mich auch hier drunter verstecken. Hab ich ja vollkommen vergessen. Ähm... Ja. Ich hab... Müsste... Genau. Ich muss irgendwie nochmal in der Folge auch nochmal hier gucken, wie es um den Sound steht. Hallo. Schön. Möchtest du mir damit irgendwas sagen? Geh wieder zu. Ich sagte, geh wieder zu. Danke. Ich weiß nicht... Ich weiß immer noch nicht, ob die mich hier drin sind. Oh ja, ein Leuchtwackel. Ich meine, kann ich jetzt... Ach, ich glaube, in der Position kann man gar nicht zuschlagen. Ich frage mich, wie viele Schläge der aushält. Hi. Ja. Finde ich auch. gute idee ignoriere mich einfach zuerst nach oben gehen sollen hier komme ich auf die andere seite ausklettern ein empfehler haben wir nicht erreicht das lustige ist jetzt die kamera ist nicht an ich frage mich echt was passiert wenn man wenn das alien auf die dinge stößt ob die einfach so sagen ja ist mir wurscht oder ob die auch mal auf die lustige idee kommen weil ich speichern aber ich habe ein paar sachen gesammelt weil speichern kann ja so ist die relativ also so passt die gut aber sobald es irgendwie darum geht gewisse umsichten zu machen kann man so viel zu schnell okay wo ist da wer hallo kontaktieren sie ihr hallo hallo was ich habe gespeichert kann mir ja kann ja nichts wir hätten da auch irgendwo wie wie ist der hier leer alter ich erschreck mich hier gerade vor allem und jedem Hi Okay, gut Ich hasse das gerade, ich guck mal, guck mal nach der Neuverkabelung Boah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Start der Neuverkabelung, ja, 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 was haben wir denn hier? Kamerafeed, mach den mal aus, mach den einfach mal aus, bitte sehen Und jetzt bitte wieder aus Kann die Luft Äh Ja Wenn der eine Hockt da immer noch, finde ich gut Der andere Ist der Naja Ich mach jetzt nicht Toll Na super Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann Ja, und wo? Wo soll ich jetzt? Willst du mich verarschen? Wo kann ich hier lang? Denkst du mich da hin, wo ich hin will? Das wäre ganz toll Du bringst mich noch Ah, ich verstehe Da ist keiner Dachte ich zumindest Gut Wie geht's denn so? Was? Okay Ja, dem Nein Hallo Darunter Danke Jetzt haben wir den Schrott ein Jetzt ist er Schrott voll Okay Ah, direkt da Äh, ehe war das, ne? Ja So und so. Finde ich gut. Kann nicht irgendwas, kann nicht irgendwas basteln. Blendgranate. Kannst wieder Revolver. Medikator. Planungs... Ich könnte ein paar Medikator basteln. Mal ein paar Reihen. Hä? Voll oder was? Bin ich voll? Hier klicken, um zu passen. Wieso geht das nicht? Anscheinend bin ich voll. Toll. Rufer lassen. Ja, Inventar voll. Toll. Nein, was ist hier? Blendgranate. Ich brauche eine Sprengkapsel. Was bringt mir der Blendgranate? Ganz ehrlich. Das ist eine Offensivwaffe. Hallo. Ist irgendwas Sinnvolles drin? Tauernnd Ruf. Achso. Ja, ja, ja. Das ist wir. Freigeben, für die Frage nicht gestattet. Wieso nicht? Mit Admin. Hier spricht Waite, Colonial Marshal auf der Sebastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole. Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Ja, das ist die Serie entschuldigt in einem weniger der Fall. Hm? Verlaine hier von der Torrance. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Toll. Das ist schlecht für uns. Sehr schlecht sogar. Nein, ich jetzt... Ich gebe mir den Revolver. Ja gut, ich kann immer noch hauen. Ist hier der Hewie? Nee. Alles gut. Aber liest gut. Komm, beweg dich mal ein bisschen schneller. Jetzt hätte ich, wie komme ich jetzt... Wie soll ich denn jetzt da... Gibt es da einen Ausgang? Hm. Jetzt brauche ich irgendwo eine summe Tür. Gibt es da eine Tür? Gibt es da eine Tür? Ja, ich sehe es. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß nicht, fangen die dann an, mich zu suchen, wenn ich jetzt hier eine Leuchtfackel zünde? Ich meine, da ist ja irgendwie alles immer so... Hm. Leuchtfackel. Wie waren das jetzt? Ich meine, vorher speicher ich nochmal. Weil ich mich gut daran erinnere, wie scheiße ich das letzte Mal mit den Leuchtfackeln umbelangen will. Das wäre mehr als grauenhaft. Hallo. Komm, beeil dich. Ui, 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 ui. Komm. So. Am nächsten will ich jetzt hier einfach einfallen lassen. Das ist hier so. Ja, Moment. Moment. Oh, ne, warte. Das will ich nicht verstehen. Mal gucken, ob es klappt. Oder ob die hier wieso noch dümmer sind als die Menschen. Ich bräuchte ja auch... Ach, ich hab ja noch gerade keinen Krach machen unter dem Scheiß. Da ist der. Okay, das ist schlecht. Toll, dann hätte ich die Leuchtfackel gar nicht verschwinden müssen. Versuchen wir es mal. Vielleicht kriege ich, äh, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Sonst knall ich sie ab im Notfall. Wir haben ja gespeichert, ne? Okay, jetzt kannst du bitte wieder aufgehen. Danke. Hallo. Hallo. Hey, hey, verdammt, 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 verdammt. Hau, hau, kaputt. Ne, so meinte ich das nicht, du dummes Ding. Hau, hau, hau kaputt. Äh. Ja, ich helfe dir auch gleich. Hey. verrecke dumm ja wirklich danke hilfe so war das nicht gemeint da war das nicht gemeint so war das wo kann der zweite jetzt schon das ist mehr als ja hier sind sind und ich merke sind so doof brauchen krachen ich kann sie auch einfach beide über den haufen schießen ja etwas verkehrt du bist verkehrt ich habe eine idee versuche ich versuche einfach noch mal um zu schlagen um zu schlagen zu schlagen genau und ich mache das anders das muss die leuchtfackel noch mal hallo ich gucke ich will der sache nachgehen was du dumme tür da kommt wo kommen wir rein das hat nicht so geklappt wie ich wollte was macht ihr jetzt soll ich eigentlich nicht sehen das war der plan das klingt schon wieder nach einer kamera du siehst mich nicht du siehst mich nicht das klingt schon wieder nach einer kamera ich will jetzt die tür zu machen so jetzt durch gibt es hier einen speicherpunkt für mich der gucken jetzt so doof da ist ein schacht verkehrt hier da müsste ich hier wie sein ich glaube der hier ist inzwischen zu weit weg der kann mich nicht mehr sehen doch da eben dumme fratze gesehen ich habe hier eben nicht gesehen ich bin doch nicht klar und ich brauche einen speicherpunkt ihr wisst ihr was ich bände hier erstmal die folge ich sage einfach vielen dank fürs zuschauen und mit diesem ich blabber einfach mal unendlich lang über diesen gleichen scheiß lasse ich euch vielen dank fürs zuschauen kommt euch wohl bleibt mir treu hingesehen Ciao